Herzlich willkommen bei der Lektion über elektrotechnische Arbeitssicherheit. Mein Name ist Rudolf Mörk-Märkenstein. Ich bin Ziviltechniker und Sachverständiger für Elektrotechnik, bin auch Sachverständiger für elektrisches Unfallwesen und befasse mich seit vielen, vielen Jahren mit dem richtigen Umgang mit Elektrotechnik, mit elektrotechnischer Arbeitssicherheit, mit Unfallverhütung. Wir wollen in dieser Lektion über elektrotechnische Arbeitssicherheit uns mit mehreren Videos im Detail damit befassen, wie Arbeiten an elektrischen Anlagen abzulaufen haben, um Unfälle von vornherein nicht nur zu vermeiden, sondern ausschließen zu können. Elektrotechnische Arbeitssicherheit befasst sich mit Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie mit Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen. Immer dann, wenn es zu möglichen Gefährdungen kommen kann, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir uns in der Nähe elektrischer Anlagen zu verhalten haben. Dieser Umgang mit Gefährdungen durch Elektrizität ist für Fachkräfte etwas Alltägliches. Wir wollen Ihnen diesen Umgang in den folgenden Lektionen darstellen. Beginnen wir mit etwas, was beinahe allgemein bekannt ist. Jeder von Ihnen hat schon einmal etwas von den sogenannten fünf Sicherheitsregeln gehört. Die fünf Sicherheitsregeln, wir nennen es das Arbeiten im abgeschalteten Zustand, bestehen aus der ersten, nämlich allpolig und allseitig abschalten. Wir nennen das im Fachbegriff Freischalten. Natürlich muss ich jetzt im zweiten Schritt dafür sorgen, dass nicht jemand wieder einschaltet, unkontrolliert einschaltet. Daher die zweite Sicherheitsregel gegen Wiedereinschalten sichern. Als nächsten Schritt muss ich an meiner Arbeitsstelle überprüfen, ob ich die richtige Leitung abgeschaltet habe. Daher die dritte Sicherheitsregel Spannungsfreiheit feststellen, auf Spannungsfreiheit prüfen. Jetzt beginnt es sich schon zu unterscheiden zwischen Hoch- und Niederspannungsanlagen. Bei Niederspannungsanlagen bin ich üblicherweise fertig mit der ersten bis dritten Sicherheitsregel, außer ich habe die Gefahr von Retourspannungen oder von Spannungen, die von anderen Richtungen noch zu mir wieder hereinkommen können. Die vierte Sicherheitsregel heißt Erden und Kurzschließen. Das heißt, wir müssen jedenfalls bei allen Hochspannungsanlagen an der Arbeitsstelle mit einer sogenannten Erdungskarnitur die Arbeitsstelle Erden und Kurzschließen damit absichern. Und eine der wichtigsten Sicherheitsregeln ist die fünfte. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Teile neben unserer Arbeitsstelle sind weiterhin bespannt und wie müssen wir diese benachbarten, unter Spannung stehenden Teile abdecken, abschranken, absichern. Diese fünf Sicherheitsregeln sind für jeden, der sich mit Elektrotechnik befasst, etwas Bekanntes. Was aber viele nicht wissen ist, wo kommen diese fünf Sicherheitsregeln eigentlich her? Es gibt für das Arbeiten an elektrischen Anlagen eine zentrale Sicherheitsvorschrift, eine Norm. Das ist die ÖVE-Ö-Norm EN 50110. EN Europa-Norm 50110. Die letzte Version ist aus dem Oktober 2014. Was bedeutet jetzt diese Norm? Wir sagen im Sprachgebrauch EN 50110 zu ihr. Die EN 50110 ist eine Europanorm. Das heißt, sie gilt europaweit. Sie gilt für das Arbeiten an elektrischen Anlagen und in der Nähe elektrischer Anlagen. Und sie regelt, was ihm viele nicht wissen, viel, viel mehr als nur diese fünf Sicherheitsregeln. Die EN 50110 ist eine Organisationsregelung. Sie regelt das Arbeiten und den sicheren Umgang, den Betrieb elektrischer Anlagen. Das Wichtigste ist, die EN 50110 bezeichnen wir als eine sogenannte anerkannte Regel der Technik. Und über diese Bedeutung anerkannte Regel der Technik ist die EN 50110 auf Basis des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes und der darauf aufbauenden Elektroschutzverordnung gesetzlich verpflichtend anzuwenden. Wir haben also daher nicht eine Wahlmöglichkeit, ob wir jetzt wollen oder nicht wollen, sondern diese fünf Sicherheitsregeln und die anderen Regeln in der EN 50110 sind anzuwenden. Was sind jetzt die wichtigsten Regelungsinhalte in der EN 50110? Ich habe schon erwähnt Arbeitsmethoden. Damit werden wir uns im Folgenden noch näher auseinandersetzen. Eine Arbeitsmethode haben Sie schon kennengelernt, das Arbeiten im abgeschalteten Zustand mit den fünf Sicherheitsregeln. Darüber hinaus werden aber Qualifikationsanforderungen geregelt. Es wird festgelegt, wie das Arbeiten zu organisieren ist und wie Arbeitsabläufe bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen zu organisieren sind. Die EN 50110 ist daher keine Norm, keine technische Norm im engeren Sinn, sondern eine Organisationsvorschrift. Wenn wir uns daher in einem Industrieunternehmen überlegen müssen, wie wir nach dieser Vorschrift zu arbeiten haben, so greift das sehr, sehr stark in unseren Arbeitsalltag im Unternehmen ein. Die Umsetzung der Anforderungen an die EN 50110 kommt sehr, sehr stark in das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz hinein. Es ist geprägt von weiteren Anforderungen im AGG, im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und hat daher auch auf viele, viele andere Abläufe im Unternehmen eine gravierende Auswirkung. Vor Beginn jeder Arbeit müssen wir uns jetzt ansehen, wie nahe dürfen wir eigentlich an eine elektrische Anlage herantreten. Wir kennen hier zwei ganz wichtige Grundbegriffe. Das ist die Gefahrenzone und die Annäherungszone. Wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Kupferleiter, der ist blank und ist bespannt. Dann ziehen wir jetzt um diesen bespannten elektrischen Anlagenteil einen kleinen Kreis, den wir Gefahrenzone nennen und darum herum noch einmal einen weiteren Kreis, die Annäherungszone. Die Gefahrenzone bedeutet, wenn ich dort mit Körperteilen mit der Hand eindringe, dass es den Berühren bereits gleichzusetzen ist. Wenn wir zum Beispiel eine Hochspannungsanlage haben mit einer Nennspannung von 20.000 Volt, von 20 kV Kilowolt, dann ist diese Gefahrenzone 22 cm. Wenn wir einen bespannten 20 kV Anlagenteil näher als 22 cm herankommen, wird es lebensgefährlich. Die Annäherungszone bei 20 kV ist 1,5 Meter. Das heißt, wenn wir in einen Kreis von 1,5 Meter mit einem ausschwingenden Werkzeug herankommen, müssen wir bereits bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsvorschriften einhalten. Die Gefahrenzone ist daher ein Bereich um den unter Spannung stehenden Teil, wo beim Eindringen ohne weitere Schutzmaßnahmen bereits eine elektrische Gefährdung besteht. Die Annäherungszone ist ein Bereich außerhalb der Gefahrenzone, wo schon Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Beispiele für die Abstände sind, dass wir bei Niederspannung unter 1000 Volt die Gefahrenzone dem Berühren gleichsetzen, die Annäherungszone sind 50 cm, ein halber Meter. Die 20.000 Volt habe ich schon genannt, Gefahrenzone 22 cm, die Annäherungszone 1,5 Meter und bei den weiteren Spannungen ist die Gefahrenzone circa die Zentimeter, in dem die Nennspannung sich ausdrückt. 30 kV 32 cm Gefahrenzone, 110 kV 1,10 Meter Gefahrenzone. Noch einmal, das Eindringen in die Gefahrenzone ist gleichzusetzen mit Berührung und würde bereits einen Stromunfall provozieren und herbeiführen. Das Ganze ist deswegen so von Bedeutung, weil Elektrofachkräfte, Fachleute dies beherrschen und ihr gesamtes Berufsleben lang nach diesen Abständen handeln. Laien hingegen können nicht abschätzen, welche Spannung sie jetzt vor sich haben und müssen daher durch besondere Maßnahmen geschützt werden. Wir wissen nun, wie weit wir uns an eine elektrische Anlage annähern dürfen, das heißt, ab wann es gefährlich wird. Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Arbeitsmethoden wir daher anzuwenden haben. Die EN 5010 kennt genau drei Arbeitsmethoden. Nicht zwei, nicht vier, nicht fünf, genau drei Arbeitsmethoden für das Arbeiten an, sowie in der Nähe elektrischer Anlage. Wenn wir weit genug weg sind vom bespannten Teil, dann können wir nach der Arbeitsmethode Arbeiten in der Nähe und der Spannung stehender Teile vorgehen. Das heißt, wir sind weit genug entfernt und es droht nicht die Gefahr, dass wir in die Gefahrenzone eindringen. Wenn wir innerhalb der Annäherungszone uns bewegen, müssen wir bereits Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir müssen zum Beispiel darauf achten, dass wir ausschwingendes Werkzeug oder ein Rückschwingen von Leiterseilen beachten, dass wir auf diese Art und Weise nicht in den bespannten Teil in Berührung kommen. Wenn es jetzt nun aufgrund der örtlichen Situation nicht mehr möglich ist, einen Abstand einzuhalten, der groß genug ist, dann haben wir die Arbeitsmethode Arbeiten im spannungsfreien Zustand. Das sind die fünf Sicherheitsregeln, die wir uns heute schon kurz angesehen haben. Also allpolig und allseitig abschalten, freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, die dritte Regel auf Spannungsfreiheit prüfen, die Spannungsfreiheit feststellen, die vierte erden und kurzschließen und die fünfte Sicherheitsregel noch einmal benachbarte unter Spannung stehender Teile abschranken, abdecken. Die fünfte Sicherheitsregel entspricht unserer ersten Arbeitsmethode. Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile. Weil auch wenn wir im abgeschalteten Zustand, im spannungsfreien Zustand arbeiten, haben wir möglicherweise neben uns bespannte Teile und gegenüber diesen bespannten Teilen arbeiten wir in der Nähe unter Spannung stehender Teile. Das heißt, die erste Arbeitsmethode spielt uns in der fünften Sicherheitsregel auch bei Arbeiten im spannungsfreien Zustand ganz, ganz massiv herein. Die hohe Schule ist die dritte Arbeitsmethode Arbeiten unter Spannung. Wenn wir aufgrund bestimmter Umstände einfach nicht abschalten können, weil eine ganze Industriehalle daran hängt, die nicht abgeschaltet werden kann, dann müssen wir unter ganz, ganz speziellen Sicherheitsvorkehrungen unter Spannung arbeiten. Dazu gibt es ganz, ganz viele Hilfsmittel von Isolierhandschuhen über Isolierstiefel, über entsprechendes Arbeitsgewand, über Helm, über Visier, über Werkzeug, das isoliert ist, um sicherzustellen, dass wir mit keinem Körperteil, obwohl wir einen unter Spannung stehenden Teil berühren, an Spannung ankommen und unser Körper gefährdet wird. Ganz wichtig ist zu beachten, dass eine besondere Gefahr bei Arbeiten unter Spannung darin liegt, dass wir abgleiten und mit Werkzeug einen Kurzschluss erzeugen, dadurch einen Lichtbogen, einen Störlichtbogen und uns damit ganz besonders auf eine andere Art und Weise, nämlich durch thermische Auswirkungen gefährden. Das Arbeiten unter Spannung bedeutet, dass eine Spezialausbildung notwendig ist, die nur dann erst überhaupt möglich wird, wenn ich bereits Elektrofachkraft bin, wenn ich mehrere Jahre Berufserfahrung habe. Ansonsten ist es gar nicht möglich, diese Ausbildung zu beginnen. Arbeiten unter Spannung ist gesetzlich geregelt, unterliegt auch speziellen Anforderungen. Daher die hohe Schule und der Rat an Industrieunternehmen lautet immer, bitte vermeiden Sie, wenn es nur irgendwie geht, Arbeiten unter Spannung. Die Arbeitsmethode, die am leichtesten durchführbar ist, ist Arbeiten im spannungsfreien Zustand nach den fünf Sicherheitsregeln. Weil, wenn ich alles abschalte, benachbarte Teile abdecke, bin ich einfach am höchsten Niveau der Sicherheit. Daher wird auch zum überwiegenden Teil in der Industrie, im Gewerbe, im abgeschalteten, spannungsfreien Zustand gearbeitet. Wir haben uns nun angesehen, welche Grundbegriffe finden wir in der EN 50 110. Wir haben gesehen, es ist eine Organisationsvorschrift, die uns im Industriebetrieb, im Gewerbebetrieb, große Herausforderungen für die Arbeitsorganisation mit sich bringt. Die EN 50 110 regelt umfassend das Arbeiten an elektrischen Anlagen und in der Nähe elektrischer Anlagen. Wir kennen bereits die Begriffe der Gefahrenzone und der Annäherungszone und wir haben uns mit den drei Arbeitsmethoden auseinandergesetzt. Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Arbeiten im spannungsfreien Zustand und Arbeiten unter Spannung. In den nächsten Videos werden wir uns mit weiteren Details der EN 50 110 befassen.